Wenn es um Open BIM und die Integration externer Dateiformate geht, ist DDS-CAD ganz vorn mit dabei. Auch in DDS-CAD 16 gehen wir diesen Weg konsequent weiter. So haben wir die Zahl der Dateiformate, die Sie zur Erstellung Ihrer eigenen Produktdatenbank nutzen können, zu neuen Softwareversionen nochmals erhöht. Selbstverständlich können Sie weiterhin mit bewährten Dateiformaten wie DWG oder DWF arbeiten. Zusätzlich ist es jetzt aber auch möglich, die Dateiformate der Open Asset Import Library sowie VDI 3805, IFC und nicht zuletzt Revit-Dateien zu verwenden. Dementsprechend können Sie zum Beispiel Objekte in diesen Formaten direkt aus der cloudbasierten Plattform BIM-Object importieren. Kommt die Datei aus einer anderen Quelle, importieren Sie das Objekt einfach über die Funktion Kopieren und Ersetzen aus Datei. Wenn Sie mehr Videos über DDS-CAD sehen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal. Aktivieren Sie die Glocke, um über neue Videos benachrichtigt zu werden.